und warum hab ich denn hier fucking noch mal ja die hab ich jetzt auch schon langsam war ich sterbe gleich und noch 10 essen 10 ja 5 3 ja und ich hab ja einfach gar nix ich laufe hier entlang radioaktivität ist null und trotzdem gibt es hier keine Schweine kann doch nicht wahr sein hab ich schüsse gehört super bäume und sowas habe ich gar kein Problem mit auch steine nicht ich hab meine Hälfte so einen Scheiß aber ich krieg einfach nix zu fressen hier voll scheiße als können wir uns eigentlich schon suchen gehen also ich äh suchen gehen ich sterbe gleich Junge das kommt dem hier an mit suchen gehen was los ich sterbe gleich man egal ich hab noch null food null jetzt überhaupt nicht kritisch oder so an der mäßig an so ist sie verknüpfen ich bin nicht mehr wo er ist es wird aber auch und hätten löwen ja heute können ich hier und in der denn gestorben ist Fakt und die Kinder noch zu der Zeit nicht im Chat zu tun überlegt er noch gewollt natürlich nicht mehr Hohannes Boa Alter gibt es immer irgendwo und viel was hier rumrennt wenn ich schaffe ihren Zombie als ein fucking Schweine jetzt ist auch noch dunkel haben wir gerne ja ich glaube von dem Sonnenuntergang entgegengen gehen es gibt nur wenigen waren es nicht recht wenn ich verheer soll es könnte ich auch machen ja aber es bringt mir doch nichts wenn ich sie ja auch nicht aber das ist ein bisschen noch mehr Kalorien noch schneller ja stimmt schon aber ich muss auch trotzdem ich kann ich einfach eine ganze Nacht jetzt schildern wenn ich aber gar kein Essen mehr wenn ich ein gar kein Essen mehr hast das ist gar kein Essen mehr Null ja ja dann auch wenn du das Essen finden soll das bringt uns eh nix mehr weil bis du es gekocht ist bist du tot geht eigentlich relativ langsam gerade runter die Hearth das macht nur verbund das macht nur verbund oh Gott oh Gott mein Pinz ist so huge oh man ey ohne Scheiß jetzt kann nicht sein dass ich hier so ein riesen Teil laufend hier einfach mal gar nichts ist Tito also an Tieren hier an Steinen, wir müssen an den Scheiß ist jede Menge da ich komme jetzt in den roten Bereich cool alter noch 700 Kalorien ja freu dich ja aber die sind genau schnell weg glaubt man jetzt ist doch noch dunkel, was Hammer jetzt ist ja toll, ey ohne Scheiß kann hier mal was kommen ey das ist dann selber, wo das gar nicht erlaubt ist eigentlich oder dies ist einfach überfallen so pvp das soll no pvp oder was war es jetzt guck mal kurz nach war doch nur pvp oder noob friendly pvp erdruckt die Köln durchschnittlich die Frage ist nur was ist Definition Noob also Anfänger so viel auch nicht doch doch wir haben fast alles verloren und dann einfach Leute überfallen ach so schaust du ach so schaust du voll kewe lang und circa 20 m4 ist ja und um die 2000 Schuss, ja das ist überhaupt nicht overpowered oder so fucking Negers äh we can suck my cock und ich sterbe eh gleich nicht ein da noch 24 na ich korrigiere 23 11 alter Junge es ist da jetzt mal gut mann ein Baum abzuschlagen bringt mir jetzt auch nichts mehr gibt es nicht irgendwas was man machen kann ey wo kannst du nicht essen aus Holz machen oder das ist nur so ich weiß aber cool das oder die das lassen ja einfach mal auch hier ist Freizeitfeld und hier sind keine Tiere keine Schweine unrealistisch und 10 nee 17 hm ach Fackel brauche ich eigentlich überhaupt nicht ich sehe eigentlich alles Nougat noch und scheiß nichts ne ich schaue auch nicht hier ach Gott man oh man das ist doch so scheiße nebst du noch noch ja 10 helf scheiße ah meine Bruder ist wohlmöglich eh weg hobo bobo bobo nein Spaß oh Gott äh Holz hab ich ja genug äh nicht eigentlich wenn ich hab jetzt auch was genug aber ich hab eigentlich ja relativ viel gesammelt heißt du denn ich hab 123 ja ich will jetzt nicht sterben und alles wieder verlieren was hab ich schon mal hab ich schon mal my friends are going to kill you mama bist du bist verreckt nö ich lebe noch 4 3 2 1 3 3 4 3 4 4 4 4 5 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 6 5 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 6 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 11 10 10 5 10 7 10 9 11 11 8 8 10 11 12 11 13 13 15 15 nix habt wenn ich was habt dann ist ja was anderes damit um überleben aber so haben wir gerade das gespawnt sondern direkt in einem zombie drin was soll ich da machen was auch scheiße vom spiel dass man direkt neben einem zombie spawnt was soll man da machen beim abbauen will es aber so übertrieben viel essen ja ein wolf kommt schlacht den schwein 2 ein schwein ein stein das muss ich einfach nur von dem scheiß dings abhauen dem scheiß löwen äh tiger äh löwen oh zombie tschüss das geht ja gar nicht klar oh hier ist ein dorf also eine aufgebaute siedlung von irgendwelchen nötchen nachricht ist einfach mal rein ich meine ich sterbe da sowieso gleich oh ich habe ja noch eine fackel so ich habe ein schwein gefunden so erstmal aneinander nehmen und das ist jetzt nachts überhaupt nix äh suicide deine mutter macht nämlich immer suicide so oh gott ich habe kein essen mehr oh jetzt hat mein nougat von alleine aufgehört zu bluten ist doch scheiße fuck ich habe jetzt habe ich kein essen mehr ich muss mich hier mitten im dunkeln oh wo ist diese wo war das nochmal was für eine fucking klasse diese scheiß konsole dabei äh fuck komm koche ne 3 fuck nein ich habe gerade mein spiel minimiert 3 2 3 2 1 auch nochmal wieder gestartet er hat nur wieder da es gehört wieder da waren nur 2-3 Sekunden mach mal 2-3 Sekunden wie mein Orgasmus fuck ey ich will hier essen was ist das ein Tier ist komm koch still da du scheiß trick da ja hey toll hier ist ein Stein ich sterbe eh gleich muss ich mir Mühe geben oh man wie kann man das beschleunigen sich töten lassen wenn man kann oder so ah hau es wird brat schneller das war ein options ähm boah alle meine vergangenen Tasten komm wie war das nochmal hm hm nougat 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 I want to be a nougat here nougat here nougat here nougat here nougat here nougat here wieder eine Modage machen ja bt dir jetzt wieder hell drauf willst du der hell ja natürlich wissen oder das ist ein spieler der killt mich sowieso jetzt hallo doch nicht heißt das wie heißt der heißen da keine ahnung das ist aber auch in diesem behinderten clan hallo kill mich wie heißt er michig irgendwas so auch in diesem dm-clan mehr offen in einem festkern das ist welches versuche den zu kehren dann findet er nicht jetzt will ich ja dann gehen ja gut hey der rennt mir aber weg wenn es so langweilig ich kriege die stunde weiter alle ist es recht jetzt kommt ich kriege dich den wort kannst du jetzt einfach nicht muss ich auch nicht hallo ich bin mit dem stein ersterben hallo ich bin mit dem stein ersterben wir müssen haben wir jetzt wieder übertrieben dunkel ist gar nicht im dunkeln jetzt gerade geht's ich kann ziemlich viel im dunkeln wird langsam wieder hellen ne ich hab vielleicht irgendwo noch ein schwein gesehen ich brauch mehr Klaus damit ich nicht bauen kann und einen Bogen das einzige was ich sehe ist ein wolf mit dem ich mich nicht anlegen möchte